hallo ich bin im beach club von aida kosma baugleich findet ihr diesen natürlich auch auf aida nova und ich zeige euch heute den besten platz an bord im beach club im beach club auf deck 17 findet ihr im hinteren bereich direkt eigentlich neben dem pool diese liegeflächen sie sind so lounge mäßig das heißt ihr könnt da wunderbar mit der ganzen familie euch hinlegen entspannen relaxen und ihr habt natürlich von dort aus auch so ein bisschen den überblick was so los ist die bar ist in der nähe die kleine also wenn ihr mal auf aida nova oder auf aida kosma seid dann probiert doch einfach mal eins dieser lounges aus bis dahin auf aida sehen